Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen bei einer weiteren Runde UNO mit Simon, Larry, Kati und Mannin. Guten Abend. Hast du eine kurze Regelfrage noch? Ja. Machen wir es so wie im UNO-Spiel? Das heißt, wenn du nicht kannst, siehst du so lange, bis du kannst. Das ist auch eine Zusatzregel, oder? Ich würde das jetzt so, wie wir das vorher gemacht haben. Im UNO-Spiel ist das so. Und irgendeine Regel besagt auch, dass du diese 4-Zien-Karte nicht irgendwie auf irgendeine Karte legen kannst. Ich weiß es nicht. Ich würde das jetzt so machen, wie wir es schon vorher gemacht haben. Okay. Mal eine kleine andere Frage, Anni. Wann hast du mal vorne einen richtig langen Stream? Mal schauen. Da könnten wir Monopoly zocken. Oh Gott. Oh Gott. Ich mache nie wieder einen langen Stream. Da könnten wir auch Mario Kart spielen. Am Ende kommt es gleich raus. Freundschaften werden zerstört. Ach. Glaube ich nicht. Dann machen wir das auch Mario Kart. So. Wer ist denn jetzt? Ei. Äh. Äh. Ja. Wir können auch mal andersrum jetzt machen. Es gibt doch einen Würfel, der so eine Farbe würfeln kann. Gibt es das hier nicht? Ja. Moment. Äh. 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 24 Stunden Stream. Ey. Ja, Mann. Nee. Gibt es gerade nicht. Ja, gut. Wer ist denn jetzt dran? Der Verlierer fängt an. Ja. Dann mal los. Darf ich legen? Ja. Ja. Ich kann auch einen Würfel einfügen. Ja, egal jetzt. Jeder fängt an. Das passt schon. Martin ist jetzt. Ach, Martin. Ich finde das schon Stream Hype. Jetzt spielen wir komplett, ne, oder? Jetzt spielen wir voll gegen. Jetzt ziehe ich gleich. Ja, ist ja egal. Sieben. One. Four. Martin. You are pretty good in English. I know. Oh. Ah. I, 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 I thought that it would be pronounced I knuff. Oh, das sieht gar nicht gut aus. It's a plus two. For you, Larry. Thank you. No worries. English for runaways. Warte. Genau. English for runaways. English für weggelaufen. I think I spider. This is not the yellow from the egg. It's a six. Kurze Frage. Was, was ist der She has? Äh, entschuldigung. Der He has? Ist ja ganz einfach mal der Hase. Und She has? Der Schneehase. Richtig. Guck mal auf. Hey, du musst zwei ziehen, Kati. Äh. Nee, das fühle ich jetzt so. Oh. Da wollte er nur schön checkern. So, Andi, was bei dir, ey? Nein. Die Karten sind schon wieder sehr ordentlich. Halt deinen Mund. So, dafür muss jetzt Larry zwei ziehen. Und dabei ist Andi ja so ordentlich bei ihr zu Hause. Ja, also sie kamen. Wir sind echt unter anderem sauber, Andi. Ja, ne, alle. Grüen. Grüen. Thank you. Mit Z. Das habe ich auch schon noch nie gesehen. Oh. Oh, jetzt der Richtungswechsel. Wieso haben die nur noch drei Karten? Ich weiß auch nicht. Ne, Karl, das sah gerade auch schon sauber. Er ist jetzt. Toll. Ich nicht. Ich nicht. Ha. So, jetzt. Jetzt bist du aber nicht. Das ist auch schade. Verdammt, er hat Uno letzte Karte. Ich glaube, es geht los. Er hat Uno, verdammt. Damn. Aha. Aha. Das war eine rote Karte. Das war eine rote Sechs. Kati ist, oder? Jo. Kati ist. Ey, ah, ja. Kati, du bist. Kati, übrigens du bist. Okay, ich bin. Mein Gott. Da. Ja. Nö, kann's nicht, hey. Ihr triggert, ey. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ne, kann er nicht. Hallo. Hey, hey, hey. Kati, du bist doch gar nicht. Blau. Ich wusste es. Hat er blau, die Sau? Vielleicht. Vielleicht ist es auch nur umgekehrte Psychologie. Ja, ja, nee. Das ist schon eine blaue Karte. Bin ich jetzt? Ja. Blau? Ja. Ja. So, mach was dagegen, Larry. Ach, come on. Ich bin grün. Ach, thank you. Hey, hallo, hallo, hallo. Ich bin echt gespannt. Jetzt, ja, die Karte, die du dir jetzt anguckt hast. Ich hab's dir angeguckt. Die war dann rumgedreht. Ja, kann nicht. Danke. Das sieht aus, wenn man rumgedreht wird. Ja. Blau, was ist? Grün. Grün. War das eine 2-10-Karte? Ne, war eine... Was ist jetzt grün, ne? Grün immer noch. Ich hab's jetzt spielen. Was ist denn da los? Grün. Sag mal, hier kann man ja auch Roulette spielen und so weiter. Kann ich. Ich kann's auch Poker spielen und Risiko. Dann kannst du ja auch spielen. Ja, aber das ist ja... Das ist ja ein unlegales Glücksspiel. Ich mein, Monte wurde gespät für 30. Ja, weil da mit Geld gespielt wurde. Ja, gut, okay. Und darum geworben hat. Ja. Denken wir, dass er damit... Hat er auch Werbung dafür gemacht. Das war ja das... Grün? Nee, ich krieg keine Hände bei Grün. Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Guten Abend. Hast du den Chat entdeckt, Sima? Wow. Kannst du auch den Global Chat anmachen? Was ist das denn für ein... Achso. Was macht ihr denn? Wir haben es gemacht. Ja, ja. Ich zeige jetzt die ganze Zeit hier. Bei mir. So, wer ist denn jetzt? Ich? Nee. Du müsstest sein. Doch, Katja. Oh, okay. Jetzt, Sima. Okay, ich glaube, Grün hat er nicht auf der Hand. Glaubst du? Nee, kann nicht. Madinis. Oh. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Besser ist das. Das ist doch mal... Oh, Junge, Junge. Ich hab mich extra weilt. Ich bin schwein. Ja, 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 ja. Madinis. Ja. Sei doch mal nicht so hier, ey. Nicht der, der am schnellsten kann. Beim Skat hat mein Vater gesagt, nee, nicht der, der am schnellsten kann. Guck mal, Jari hat an die Hand. Ach, Herr. Ah. Ah ja, kein Problem. Hey, yo. Don't go. Oh. Oh, Madin. Jetzt geht's einmal rum. Schade. Ich kann mir gerade richtig schön vorstellen, wie zynisch diese Flip geworden wäre jetzt. Oh, Madin. Oh, muss zwei Karten ziehen. Oh. Ja, ja, genau. Genau so ist er. Oh, Richtungswechsel. Noch ein Richtungswechsel. Oh, nur letzte Karte. Boah, das war jetzt sehr hart an der Grenze, du Klick. Oh. Stammt. Kannst du nicht? Nee. Gewinne, 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 gewinne. Gewinne. Gewinne, gewinne, gewinne. Einmal abräumen, freie Auswahl. Kati ist. Ähm, Udo. Uno, letzte Karte. Mein Gott. Uno, letzte Karte. Oh, 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 drei mit... Oh, oh, oh. Was ist da los? Was ist da los? Bin ich jetzt? Ja. Uno. Oh, oh. Oh, no. Oh, ein... Madin, Uno. Hey, Simon ist ready, Leute. Das ist jetzt nur noch gegen Larry, Kati und Madi. Kati, du bist. Ah, nee. Kannst du? Hast du nur 0 oder so? Vielleicht einen anderen? Nein, zieh eine Karte. Oh. Uno. Kati? Uno. Jetzt ist Shoutdown. Shoutdown, shoutdown. Was passiert? Oh, Madi kann nicht. Oh. Jetzt bin ich dran, ne? Nee, Larry noch. Nee. Jetzt bist du. Woohoo, dritter. Oh, jetzt ist der Shoutdown. Larry oder Madi. Oh, oh. Oh. Böse. Böse. Gelb. Arschig. Komm. Nach dem Blutwurst, mein Freund. Oh. Oh. Ah. Nee. Uno. Oh. Oh, boah. Jamal. Not bad. Not bad. Not bad. Hallo, was macht ihr denn da? Ich weiß auch nicht, was die da machen. So, Leute, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.